Denomeme Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Noob vs Bro vs Hacker Challenge auf meinem Reaktionskanal Denomeme von Frank Station Ich lasse ein Like da, ihr seht schon es wird wild Ich wünsche euch viel Spaß im Video, Kuss geht raus, wir sehen uns drin Ich feiere die Mucke so heftig alter Oha, wir sollen also von einem Wolkenkratzer springen Und ohne einen Crash sollen wir dort landen Ah, ja, okay, der Weg scheint ziemlich weit, Leute Ja, interessant, also Noob vs Bro vs Hacker Und ich bin mal gespannt, was passiert Der Noob hier, alter, guck dir mal die scheiß Karre an, ne Digga, die ist ja übel am Qualm, Bitron Sporty, Mann Junge, gib mal Stulle jetzt, ne Ja, ja, das war's, Digga Also die Karre kannst du ja wohl absolut knicken Junge, du solltest vom Dach springen und nicht wie so ein Furz im Winter runterfliegen Ja, toll, das arme Also das erklärst du meinem Chef Ich bin da raus Und hier ist der Profi Okay, was kann der Profi, Leute Der Profi fällt eigentlich immer ganz entspannt Er muss hier sogar zwei Kissen nehmen, ne Boah, wie krass ist das denn eigentlich Okay, hier das erste Kissen Liegt hier rauf Und fällt anscheinend nochmal runter auf das andere Kissen Auto Ja, hinten der Hack-Spoiler, Digga, der ist auf jeden Fall richtig ripped, ne Okay Okay Also, ja Die Karre sieht jetzt nicht unbedingt sauber aus und Warum leckt denn das so, ne Jetzt kommt der Hacker, Alter Was geht beim Hacker ab? Der ist am Ziehen, fliegt wahrscheinlich mit der Karre Jo, Fallschirm, alles klar Der Fallschirm, wer kennt die nicht? Habt ihr es gesehen? Der war einfach da Aber die, Digga, die Gurke sieht gar nicht mal so schlecht aus Muss ich schon sagen Sieht gar nicht mal so schlecht aus Interessant Äh Da war ein Typ drin Junge, wie fährt er denn? Er fährt ja richtig aufentspannt Hashtag K-L-I-N Clean, Leute Ich weiß, es ist falsch geschrieben Aber das ist unser Denomee Clean In die Kommentare, wenn ihr das gefeiert habt Hier gibt's jetzt ein, ähm LKW Truck Jump Der soll verrückt sein Polizist vorne Oh, Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Okay 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 Der Noob fährt Mit der, mit der gelben Drecksgurke hier Der hat hinten Nitro drin Das ist ja schon mal nicht schlecht, Alter Drück mal ordentlich aufs Gas Ja, Profi Ab in den LKW, mein Bestes Wenn der Praktikant den Parkour testen soll Was? Ja, dann endet das so, Leute Ach, Scheiße Ja, du kannst knicken den All Jo, äh, hallo? Das Ding ist ja richtig am Fliegen Land jetzt auch mal Alter Alter, nee Okay, der Pro hier Auf jeden Fall am Schlüssel Muss jetzt ordentlich durchziehen Da hinten ist der LKW, ne? Ich würde sagen Alles oder nichts, Alter Gib alles Und er kommt hoch Er kommt hoch Das sieht man schon Und wie knapp das war, ne? Wie knapp das war Der fährt jetzt hier ganz entspannt runter Oh, da hat der Front-Spoiler tatsächlich noch mal gerettet, Leute Der hat ihm so einen kleinen Federungseffekt gegeben Der kann jetzt hier ganz entspannt auf den Trucks fahren Als ob! Okay, das war sehr wild Und der fliegt sogar noch einen Ticken weiter Jetzt muss er eigentlich noch zum Helikopter fliegen Ja, und der wird anscheinend mitgenommen Der Helikopter vom LAPD nimmt ihn mit Und damit ist er aus der Wüste gerettet Denk ich mal Oder der Helikopter lässt ihn jetzt fallen Och nein, Leute Sick Hit Es war so klar Sick Hit ist immer da Der springt jetzt einfach hoch, ne? Guck ihn dir an Das Auto, Digger Es ist zu wild Alter, ne Ich will gar nicht wissen Wie viel Aufwand der Typ da reinsteckt In die Videos, ne? Es ist zu krass Rackstation ist so ein heftig geiler Kanal, Mann Hä? Äh 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 Kit Der Helikopter Der Helikopter Ich will noch mal Überzeugen Ich kann euch einfach auch mal wegziehen, Alter Aber ich hab nur um einen verzählt Sowas musste ein Noob machen Der will jetzt hier von der Polizei entkommen Also Der sieht da hinten Leute waren doch 15 Guck mal, ich hab den hier ja eigentlich schon mit eingerechnet, ne? Ja, das sieht schlecht aus für dich, Bro Also ich würde mal sagen, da hast du direkt mal 30 Beamte um dich herum Und das ist unangenehm, Digga Das ist unangenehm Äh Also das haben wir bei der Polizei jetzt aber nicht so gemacht damals Das arme Auto Es wäre so lustig gewesen, wenn da auf dem Streifenwagen Ford 20 draufstehen würde Der Monster Truck weiß, was er zu tun hat Der chillt jetzt hier, lässt sich in den Polizeiring kommen Oha Und jetzt guck mal, was der macht, ne Die fahren jetzt alle gegeneinander und der fährt überall rauf und weg Der hat hier ordentlich Polizeikarren gerippt, Alter Der will die ganze Breitseite Junge, als ob der überall rauf fährt, tatsächlich Er macht alle weg Er macht sie alle weg Ja, Steuergelderverschwendung, aber auf dem ganz anderen Niveau Und tschüss Der Monster Truck hat sich so auseinandergerissen, ne Einfach wild, Leute Auseinander Geböllert Der Hacker Ich würde mal sagen, der sprengt jetzt alle Autos in die Luft Würde ich pauschal mal tippen Der hat überall Nitro Denkt dran Nitro auf beiden Seiten Der, es ist der Beyblade Geht Als ob Lol Ey, ganz ehrlich, wie modden die da an beide Seiten Nitro dran? Ich hab keine Ahnung, wie die das machen Und hier haben wir Autobowling Okay, wir sollen alle Pins rausnehmen Anscheinend ist da so ein Fußball Und die Autos fahren dagegen in Fußball wahrscheinlich Habe ich jetzt auf meinem Hauptkanal auch wieder vor, so ein Bowling-Video zu machen Vielleicht ist das bis dahin sogar schon online, Leute Könnt ihr natürlich gerne mal checken Und das war ja wohl gar nichts, du Lappen Also das war ja wohl gar nichts, du Lappen Oder was? Also das war ja wohl der absolute Lappen-Modus Yo! Okay Dieses Ding, Leute Ist so wild Der macht jetzt hier Macht den Strike Ah ja Ah ja Ah ja Ja, das war ein Strike Aber Also mit der Kache, Leute Sind wir mal ehrlich, ne? Mit der Kache Würde ich auch alles mögliche hinkriegen Das zählt ja streng genommen nicht Oh, die Kanonenkugel hier Das könnte interessant werden, Leute Das könnte sehr interessant werden Wir gucken mal Ähm Ja Ja Okay Das Ding geht wahrscheinlich an die Kanone ran Alter, das war clean Das erste Mal, dass ein Hacker In meinen Augen Ja Ein Hacker Nicht brutal gecheatet hat Sondern das war Einfach absolut sauber Das war der Hacker himself Das war nice Bewegende Da Ist das eine Axt? Das geht? Eine Axt in der Straße? Zwei Äxte in der Straße? Ne, ne? Und der Noob fährt Und jetzt kommt die Axt wahrscheinlich hinterher, ne? Und er denkt sich so Shit Shit Und der Noob, Alter Boah Holy Ja, Bro Also ich glaub, die Karre, die kannst du nicht mehr gebrauchen, ne? Das sieht schlecht aus Der Pro Ich seh ihn schon mit Boost Der wird nach oben ziehen, Leute Der wird direkt nach oben ziehen, ne? Hä? Das war's? Ich versteh das nicht Ich versteh das nicht Was ist das denn? Lol Guckt euch das mal an Guckt euch das mal an von Rackstation Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Like da Schallert ein Abo raus Und checkt eins von diesen beiden Videos aus Vergesst nicht bei Rackstation vorbeizuschauen Vetter Kuss Dero Dero Dero